Nummer 15 Oh La La Diese dunkelbraune Stute, geboren im Jahr 2018, sie ist 1,66 Meter im Stockmaß gemessen. Oh La La entspringt einer bewährten Leistungszucht und brachte selbst im Jahr 2022 ein Hengstfohlen von High Level. Vermögen gepaart mit Vorsicht, Beweglichkeit und Mut. Nummer 15 Oh La La This duck by Mare ist born in 2018, sie ist 16,1,5 Hands High. Oh La La kommt von proven Performance breeding und her sow followed a Colt by High Level in 2022. Scope paired with Caution, Agility and Courage. A special recommendation from a Jumping Squat.